war wirklich sehr wenig glas, ne? sehr wenig glas Tasche Eifen Tasche Okay, die muss ich mich entspärmen Was haben wir hier? Eine Spielekonsole Mach mal Schade Ah, verdammt, das war ja Dings So, was haben wir hier? Eine Tasche Das ist Sperrmüll wieder wahrscheinlich Komisch, dass diese anderen Taschen Vielleicht weil das diese Zaubertaschen sind So, jetzt gehst du Wow, die hat voll viel bezahlt Ganz verrückt Ganz verrückte Nummer 2, 1 haben wir Sehr schön Da geht noch was Oh Gott, diese Taschen Macht sie weg Die gehen da aber nicht weg, ne? Oh, nee Oh, guck mal, ein ganz anderer So einen Anhänger hatten wir ja vorhin schon mal Mal gucken, was der macht, wenn wir uns heute aufstellen Müssen wir einmal alle Anhänger testen, ne? Dass dieser Knopf auch nicht vorne ist Oh Oh So Tapschachtel Oha, ein Kibauer Palim, Palim, Sachse Guten Abend Und so Und alles gut? Ja, alles bestens bei dir auch Boah, wie viele Pizzakartons Oh, kriege ich die so hier nicht raus? Naja, mehr oder weniger Mit Sprengen Gut, bissl Fettfotten Nur ein bisschen Fettfoten Vom Moped reparieren Aber sonst ja und nein Es geht fast nicht ab Das ist Mach mal so Vielleicht geht das dann Vielleicht hilft das 2,5 Wir haben, wir haben's Quasi Wir haben's quasi Äh, hier Ups Komm schon Na gut, wollte ich nur Hallo sagen Muss wieder los Hallo Danke, dir noch einen schönen Abend Äh, Container Sperrmüll Begehbar Container Verkaufen Entleeren kostet 75 Verkaufen kostet dies Machen aber das Ähm Wir lassen die Stelle jetzt gerade einfach erstmal fry Äh Shop Wir kaufen den Gucken uns den mal Wie der so ist Und der Dicke Fette Fär Nicht der Fär Dicht Der Ah, warte mal Leichtverpackung Ne Äh Altenhaus Sperrmüll Jawollo Wo macht man das Ding an Auch da hinten Ganz doof Wieso hat der nicht gezählt Was war denn das für ein Sound gerade Oh, welcher denn dieses Das war ein Fehler Sound Achso, du meinst dieses Wirken Das Wirken war von Twitch Los Sperrmüll Ich will das jetzt hier sehen Vor allem Sperrmüll macht gar keinen Sinn eigentlich Den musst du den ganzen Scheiß da hoch schleppen Sperrmüll macht natürlich so ein Ding Wie wir da gerade hatten Schon mehr Sinn Lieber Twitch können mit Kanalpunkten Sounds abspielen Und da ich gesagt habe Er soll sein Öl vom Finger abblicken Und dann hat er halt den Wirkensound gemacht Blub Äh, hallo Kaufen Ey, jetzt nur aber hier Ach ne, da vorne haben wir noch einen Okay Okay, jetzt haben wir alle belegt Möbelbeton Zack Na, hier ist daneben gegangen Oh, scheiße Ist blöd, ne Zählt, alles muss raus Ist die Rung schafft Momentan sind wir wartet Bis ein Kunde etwas kauft Oder entfernt sie ein Objekt Ähm Ja gut, ich würde da aber gerne wissen Aber ich kann den ja hier nicht hinstellen Wir versuchen es nochmal Aber es ging ja nicht So ein Ding kann sie eigentlich auch auf den Spämmel stellen Hoppala Jaja, Stehtlampe Steht sie noch Jaja, Stehtlampe, steht sie noch Oh, da geht noch was Jetzt haben wir schon Viertel vor zehn Jetzt wird schon wieder dusch da draußen Ich bin ja relativ dunkel Zeiten gehen schon wieder anders Oha Geht halt ein paar Flaschen da liegen Vielleicht würde es auch Sinn machen Den Glascontainer dann weiter vorne hinzustellen Dass wir den hier hinstellen Beim Eintorfen Oh, falsch Verdammt Oder ich, naja Darf vielleicht jetzt nicht unbedingt Hm So Ähm Schade, dass du wirklich erst alles wegbringen musst Bis du den Kunden wegschickst Das ist halt wirklich schade Muss immer erst alles weg sein Muss immer erst alles weg sein Upsi Upsi Ne, hast du Glück, Egi Ist geil Alles klar, mach das, Egi Muss gehen bei Janik Dir noch einen schönen Abend Machen wir das mit den Flaschen so Da will ich wirklich nicht laufen Wäre halt auch schön, wenn die Schubkare anheben könnte es dann So, ne So, äh, die Videokassette Wertstoff Sack Was haben wir da noch Und Noch eine Flasche Boah Boah, jetzt ist das schief Oh, ne Oh Super Ey, Junge Guck mal an Was hab ich jetzt hier, ey Ist jetzt da kaputt Schubkare immer noch buggy Die war damals schon buggy Super Kriegen wir pro Flasche auch einen 10er Oh, wo ist er hin So, äh Nee, wir kriegen Was? 61 Wir kriegen 30 pro Flasche Schiech Sobald die andere Flasche ist jetzt weggeflogen Ja Ja, das ist wirklich ein bisschen doof, ne Mit der Schubkare Braucht man sich gar nicht mit der Schubkare Richtig zu fahren hier, ey So Hier ist ja immer noch alles belegt, ne Jawoll Sack Ach, mach dir die noch mal weg hier Na, der ist ausgefallen Es gibt nur ein 10er Also Glas Gibt echt gut Das wird aber auf jeden Fall gut kosten Jetzt kommt irgendwie gar kein Sperrmel wieder, ne Ist ja nebengefallen So Oha, er kippt um Ne, weg So, den können wir da jetzt nicht reinbringen, ne Doch, das geht jetzt komischerweise Hä Komischerweise Dann geht es nicht No Er hat was gekauft Ich meinte, vorhin ging es nicht, dass ich die Sachen zur Seite gelegt habe Um sie später reinzupacken Das ging vorhin nicht Diese Tasche in Jetzt ist sie weg Ja, aber vorhin ging es nicht Ich weiß, dass er was gekauft hat Er hat ein Launchpad gekauft Das ist, äh, komisch Bei, vorhin wollte ich was reinpacken Da konnte ich nur Sachen reinpacken, die auch null waren Genau wie hier testen Geht ja auch nicht Dass du die Sachen lagerst und testest Kann man den verkaufen? Achso Ja, weiß ich jetzt gar nicht Kann man den verkaufen oder nicht? Hm Scheiß drauf Hm Also die haben schon relativ viele verschiedene Sachen hier Das finde ich gar nicht so schlecht Das finde ich eigentlich ganz gut Den hat er nicht gezählt Tisch Packen wir zur Seite Kriegen wir halt Minuspunkte für, ne? Boah, hat er auch wieder nicht gezählt Die müssen wir doch Ne, haben wir schon, okay Okay, okay Oh, das erste Sperrmüllteil Toll Ja, drei Flaschen können wir da so hinbringen Das müssen schon Ein paar mehr sein, ne? Ein paar mehr Flaschen sein Bei dem Bei der Backschubkarre da Hm Machen wir mal folgendes Was ist denn das Die letzten Wochen hier Für den Krach draußen ständig, ey Da sind wir mal Was ist denn das? Was sollen wir denn machen? Achso. So, haben wir denn mal drei Slots nach vorne gesetzt. So. War da noch was? Nö. Oh, die hab ich nicht abkassiert. Oh, komm mal hier! Du Hund! Scheiße. Da müsst ihr auch so schnell abkauen. Toll. Geil. Oh, einfach springt er, ne? Er springt einfach aus... aus dem Stand springt er hier einfach raus. Batz! So. 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 So.